hallo du liebe seele schön dass du da bist zu deinem wunscherfüllungsritual wir wollen heute deinen wunsch manifestieren und die kraft des unterbewusstseins und des universums nutzen dass deine wünsche wahr werden dabei nutzen wir auch das gesetz der anziehungskraft und deinen entschlossenen willen dass dieser wunsch sich wirklich und wahrhaftig erfüllen darf du musst ganz fest daran glauben was wünschst du dir erfolg und reichtum die große liebe gesundheit ein schönes glückliches leben dass dein wunschpartner in dein leben tritt oder ist es fülle oder etwas ganz anderes was wünschst du dir und dann male es dir bitte jetzt in den schönsten farben aus deiner fantasie sind keine grenzen gesetzt nur du allein kannst dich begrenzen und heute darfst du grenzenlos denken mach es groß und größer und noch viel größer so groß du kannst höre diese meditation mindestens für die nächsten 30 tage täglich an und manifestiere am besten immer nur ein und denselben wunsch für diese 30 tage umso klarer du bist umso klarer wirst du es im außen anziehen was wünschst du dir bist du bereit dann nimm dir jetzt ein bisschen zeit für dein wunscherfüllungsritual wünsche dir nun bitte was du willst schließe deine augen wenn du magst stelle deine fußsohlen auf die erde wenn du liegst fühle die unterlage auf der du liegst was wünschst du dir stelle es dir nur vor deinem inneren auge ganz genau vor stelle es dir vor mit all deinen sinnen nimm dir zeit male es aus mit all deinen farben sehe es fühle es rieche es und schmecke es tauche völlig ein in diesen wunsch indem du genau jetzt lebst du bist mittendrin jetzt genau jetzt in deinem wunsch atme nun einmal tief ein halte den atem kurz an und atme lang aus atme nun einmal tief ein halte den atem kurz an und lang aus beginne nun zu lächeln und entspannen entspanne dich lasse los entspanne deine schultern entspanne deine stirn deine handflächen liegen entspannt mit den handflächen nach oben neben dir oder auf deinen ober schenkeln und du schickst nun ganz bewusst deine aufmerksamkeit auf dein linkes bein und dann auf deine rechte hand und dann auf deine rechte hand auf deinen linken daumen auf deinen rechten mittelfinger und du entspannst immer mehr und mehr und lässt vollkommen los du fühlst deinen wunsch mit allen sinnen du bist mittendrin in deinem wunsch alles ist schon da so wie du es dir wünscht mache ihn größer und größer und größer so groß du kannst glaube daran dass er sich erfüllen wird schick ihm dein schönstes lächeln wie dein wunsch sich erfüllen wird das musst du nicht wissen bitte denke nicht an das wie bitte glaube fest daran dein wunsch wird sich erfüllen wie wirst du dich fühlen wenn dein wunsch sich erfüllt hat wie wird dein leben sein wenn dein wunsch wahr ist wie werden deine freunde deine kollegen deine familie dich sehen und wie wirst du dich fühlen fühle es jetzt fühle es in diesen wunsch in dieses gefühl atme dich hinein fühle dieses glück diese erfüllung diese freude in dir breite es aus lass es groß und größer werden und noch größer fühle es gehe nun ins vertrauen und lasse los gehe in die dankbarkeit und in die demut und dann lasse bitte los lass deinen wunsch ganz los einfach los denn dein wunsch beginnt sich genau jetzt genau jetzt zu erfüllen dein wunsch beginnt sich nun zu erfüllen du wirst im außen alles anziehen damit sich dein wunsch erfüllen wird du darfst jetzt loslassen du darfst jetzt einfach loslassen vertraue gehe vollkommen ganz und gar jetzt ins vertrauen und lasse deinen wunsch jetzt los bis wir uns morgen wieder hören bei deinem wunsch erfüllungs ritual gut die die glössere wir die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020